Du Xandy, was sagst du zu den Gerüchten, Metsua-Ressortnehmer? Unnötig. Ist richtig. Tja, wir haben die Gearsinger Wurm gesagt, unser Pep ist billiger. Welcher Pep? Ja, wenn dann welches Pep? Verstehe ich nicht. Die Droge-Pep. Kenn ich nicht. Du gehst gut davon aus, dass ich Drogen kenne. Schau nicht mal an. Markus, 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 Markus. Markus? Sven Göran Eriksson. Ja, der geile Sven. War schon ein bisschen peinlich. Ja, ein bisschen. Und? Ja, ist neu bei uns, ganz cool. Und ich weiß gar nichts davon. Ne, unterschreiben tue ich nicht. Fail. Ich hab's ja auch zu den ganzen anderen, die zu mir gesagt haben, aber Glückwunsch zum neuen Dreh. Er sagt ja selber, er weiß es noch gar nicht. Ja, aber das ist halt ein bisschen Fail von der Vereinsführung, wenn wir das schon so durch, als eine Pressebetalung raushaut. Ja. Das ist 60 Jahre alt. Das Bittere ist halt einfach. Das ist 60 Jahre alt. Halt die Fresse. Hey, ist das vielleicht echt so? Ja. Das ist auch bitter, oder? Das ist auch. Ähm, sagt der dazu? Ich sag, dass es bitter ist. Deswegen mach da ein Foto davon. Dings. Ähm. Dass er halt jetzt schon den Saudi-Arabien unterschrieben hat. Das ist der geile Ben. Ja. Würde mich belasten. Als technischer Leiter bei Al Nasser. Ah, Captain, ja vom Manager. Ja. Du fährst immer wieder weg, wenn ich bei dir bin. Der ist schlimm, gell? Ist nervfrei. Mich hat gerade ein imaginäres Auto gerammt. Das geht halt voll auf den Sack. Ja, du bist echt behindert. Alter, da fahr' mir hinterher. Ich fahr' dir doch nicht hinterher. Du fährst in die falsche Richtung. Also das ist das Thema. Haha, mein Auto ist wieder abgestorben. Das war jetzt auch im selben Moment. Da muss ich mal wieder dagegen kicken jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Auf dich? Sicherlich zünd-kerzen, Alex. Müßte nachschau, das dreht ab und zu und aus. Ach, ich hab' schon wieder geschossen, dass wir die Pupss... Es brennt ja! jetzt habe ich schon wieder ein stern kleinsteck ist daso macht auf agron gemein doch der typ im video passt denn dieses image gar nicht rein daso tut mir leid komm schnapp dir ein eis ich habe nur das finale ein geil dass du da war es aber dass du jetzt gehst ist eigentlich auch ganz ok ich habe marcy gesehen marcy ich habe marcy gesehen marcy er ist auch marcos geräusch das war die antilope ja ich nehme mir das große ding die polizisten laufen von mir davon es kommt voll die dramatische musik ich habe angst vor dir angst wie konnte ich noch mal die großen raketen los bei x schießt er hast du den großen heli ja er hat keine raketen das ist bitter ich habe eine ganz komische kamera ansicht ja mich hier hol dir ein heli ja ich bin gerade dabei soll ich mache jetzt first person autofahren die dadi 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 michi du darfst da geht ja auch noch nicht alleine autofahrungs begleitetes fahren brauchst du da ich bin am flughafen s-bahn auch alex welche farbe bist du rosa grün stock car ja nicht stock car stock heli crash challenge wie wärs habt ihr beide helis oder was also hol ich mal noch einen ja michi nicht auf mich schießen du fliegst dem flugzeug hinterher ok viel spaß ab ins world trade center alter jolo hat sich der gedacht modern world trade center das ist vielleicht mal auf ja ohne scheiß ja ok es ist nicht lustig jetzt sind acht islamisten gestorben ja ja Ja, Jolo, wie er rumfliegt. Weil das kann. Ja, wo bleibst denn du Zipfel eigentlich? Wer? Ja, du! Wo soll ich denn sein? Ja, du wolltest dir auch ein Heli jabbern, dass wir die neue Sendung mit einem Stock-Heli starten. Können Sie direkt mal aufhören, über irgendwelche Anforderungen, Angaben, Starts immer vorzugeben? Mayday, Mayday. Ja, ich hab' ne Heli. Ja? Ja, und ich bin am Flughafen. Ja, ich lande grad. Warum? Oder auch nicht. Bist du schon wieder? Wir sind am Wasser. Bisschen Planschi machen. Ach, du bist jetzt blau. Bisschen Kratzi, Kratzi. Bisschen Singi, Singi. Bisschen Tanzi, Tanzi. Bisschen Fitifiti. Bisschen Tanzi, Tanzi. Bisschen Fitifiti. Da unten ist der Alex, die Minua. Die Minua. Ohne Schießen, ne? Nur crashen. Ach so. Ja, das ist natürlich einfach. Ja. Markus, was machst du da? Markus, ich geh den Verteidigungs-Position. Du willst du? Boah! Fuck! Special Move von M68k. Boah, hab ich dich geil weggeblockt, oder? Du hast mich zerberstet. Aber vom Allerfeinsten. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hör auf. Markus, auf und aufeinander zu. Hier verschwinden ständig Autos. Hier spukt es. Ich geh mich hier trinken. Viel Spaß. Heißt du trinken? So, Michi. Diesen. Du wichst ja, gell? Siehst du auch. Die Nachricht war wichtig. Ja. Warum, weil ich sie noch geöffnet habe? Vor allem stark einfach. In der Zeit stand ich einfach nur in der Luft und der Michi hat mich nicht getroffen. Ich töte mich jetzt. Ja, wird auch Zeit. YOLO. Fuck. Hat doch. Wie ne Einstich in der Luft. Ach ja. Bin im Flughafen. Hier auch? Ja. Arim macht immer noch Stock Heli. Ja, ich suche ihn schon da. Ich will den großen Heli. Den großen Heli. Der hat neben mir, der gerade stand, hat Nein, Nein geschrieben. Der ist Deutsch? Der hat Achtung gesagt gerade. Und da will mir einer sagen, du kennst keine Drogen. Hä? Achtung, der hat ne Gun, hat der gesagt. Alex, wie wichtig. Schon? Ich will den großen Heli, ich will den großen Heli. Du willst den großen? So, Pupilein. Let's do this. Toll, der zeige ich, ich will den großen Sternen. Wow. Boah, man muss auch knapp. Boah, es kommt kein großer Heli, Mann. Mäh. Was soll denn der so brechen, der... Diese Flugbahn-Manöver. Hey, 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 hey. Ich hab nur den Radiosende gewechselt. Ey, jetzt kommt die Polizei und ich hab kein Heli. Kennst du das, wenn du in der Luft bist und nix checkt, wo der andere ist? Ja, wenn du einfach mal stehen bleiben würdest. Warum denn? Das kennst du aber. Es kommt kein Heli, Mann. Ha, 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 ha. Du, 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 du. Ah, meine Manöver sind Wahnsinn. Nein, was ist hier? Ah, die kann ich hier wegférieur? Nice going. A компании Ech, 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 ech. Eiche, eiche, eiche. Eiche, 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 eiche. Wir sind alle dabei. Es haben sich hier alle getroffen. Wir wollen abgehen hier mit Konfetti geschossen. Wir feiern bis zum Abwinken jetzt mit Konfetti geschossen. Ja, so, stimmt. Ich heb die Hände in die Luft und mach die ganze Nacht kracht. What the fuck? Damit jeder Party-Muffel geht, feier ab. Kackst du ab, hast du verkackt. Das ist das Schlechteste, was ich je gehört habe. Kackst du ab, hast du verkackt. Das ist so schlecht. What? Ich hoffe, euch geht's gut. Das ist das Schlechteste, was ich je gehört habe. Das kenne ich gar nicht. Boah, es kommt... Das kenne ich gar nicht. Was hast du gerade gesagt, Michi? Ich habe gesagt, schau mal... Was hast du gerade gesagt? Nichts. Was ist das Schlechteste, was du dir gehört hast? Was hat der Markus gesagt? Was hast du gesagt? Ich hoffe, euch geht's gut. Was? Wer sagt das? Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Nee, das kenne ich nicht. Du bist die Spaßbremse. Nee, kenne ich wirklich nicht. Was ist denn das? Ja, du! Äh, wann? Wahrscheinlich sagen wir ein Wort verhäuft, deswegen tut das ja. Ja, richtig. Leckt mich aber auch, es ist lustig. Ist das auch nicht... Warte, jetzt bist du doch im Heli. Nö. Ich bin nur gut drauf. Der Alex ist so lustig. Ich bin nur gut drauf. Ich bin nur gut drauf. Aber was ist drauf? Das schreibe ich als Kommentar drunter. Was denn? Hau es drauf. Er ist gut drauf. Was willst du schon wieder mit deiner Corvette? Willst mich betteln oder was? Ich will dich. Bäh. Bäh. Ja, komm, wir fahren aufeinander zu. Wir stellen uns jetzt und fahren frontal aufeinander zu. Okay. Warte. Löt sich einrichten. Ja, ja, ja. Chivo Offsyn ist gestorben. Ärgerlich. Schön, dass du gestorben bist. Jetzt fahr hinter. Ja, 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 ja. Das ist eine Kampagne. Hä?